Oh mein Gott! Off-proach! Alter! Oh mein Gott, ich war runter! Nein, David! Nein! Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Wude-Schön-Runde, GTA! Wer auf dem Zwei-Kanal verfolgt hat, hat mitgekommen, dass wir ganz viel GTA gespielt haben. Sven hat es geschnitten, deswegen nicht so geil gewesen, aber ey. Ich hatte mir gesehen. David! Wir sind auf dem Haupt-Channel gespielt, GTA Online. Kjellic? Kjellic! Und David hat einen Winkpunkt gesetzt. Wir sind hier, also zumindest zwei von drei. Sven muss einfach mal wieder herkommen, also wieder killen lassen. Und da geht es hin. Also zumindest ist es das Ziel, man verliert. Mit dem Taxi zu erreichen. Und wir machen einfach dann gleich nur Beilen und so. Mal gucken, wer am weitesten kommt. So, ich bin wieder bei euch. Hallo! Zwei mal gestorben. Gut. Ich hole schon mal das Taxi. Man kann ja einen heilen, wenn man drin sitzt. Taxi, wo bist du? Taxi, Downtown, hier, bitte einmal. So, ich bleibe erstmal. Ach da. Oh, das ist da völlig in die falsche Richtung. Er macht ja nichts. Jetzt hier auswählen. Ich muss jetzt erstmal warten, dass mein Taxi da ist. Ja, ja. Kein Schlaf. Ja, da hinten fährt es schon. Nice. Okay, also die können beginnen, wenn ihr wohl. Okay. Okay, und immer nur beeilen, ne? Ja, genau. Ab geht's. Alles klar. Bye. Alles klar. Meiner fährt in die falsche Richtung. Viel Spaß, Jungs. Meiner fährt in die falsche Richtung. Ne, er fährt auch in die falsche Richtung. Mein fährt richtig. Tschüss, Alter. So, ihr macht das schon. Ja, meiner fährt gar nicht, weil er sich auf die Verkehrsregel führt. Ja, beeilen David. Dann macht das ja nicht. Mach schon, Bruder. Komm schon. Meiner denkt sich einfach auf die falsche Richtung ist cool, deswegen fahre ich noch weiter in die falsche Richtung. Hä? Du musst einfach noch grad ausfahren. Ey, ich will das nicht auf den Start. Fahre fährt nicht gerade aus. Was ist das für einer? Ja, das sind sehr schöne Häuser. Mach weiter. Ich fang, glaub ich, jetzt einzig. Hä? Warum bin ich jetzt in der Stadt? Du hättest einfach gerade ausfahren können. Oh Gott, ey. Das kann ja was werden. Bitte fahr auf die Autobahn. So, jetzt. Nee, ich steh, bleib. Gas geben. Wohin wird zu lang? Hä? Das hat mich ausgelassen? Hä? Ich bin jetzt bei Leicester. Oh man. Geh. Hast du vielleicht auch das Ding Leicester ausgesehen? Ich hab nix ausgewählt. Ich hab auf Enter gedrückt und ich hatte nur einen Wegpunkt. Ich bin logisch gegangen. Stil vorher auswählen. Das war ja schon. Wie lange braucht ihr noch? Frag nicht. 8,82. 8,85. 8,86. 8,009. Na cool, ich fahr jetzt los. Was passiert eigentlich, wenn jemand sterben sollte? Einfach nochmal... Dann ein neues. Dann ein neues. Neue. Neue. Wir gucken einfach mal, wer zuerst da ist. Ja. Alter, hast du nicht zu beeilen? Es gibt doch mal Vollgas. Okay. Mein Taxifahrer mach jetzt n... Okay. Und ich sag doch nix. Zu? Wenn man Taxifahrer hat gerade fast jemand Fokus auf dem Fußgängerweg. Alles klar. Ja, fast zwei Leute mitgenommen. Hier streift er einen Bulli und bleibt stehen. Okay. Also, bei der Fack hat es normal. Irgendwie kurzen Weg. Aber ganz normal. Ich bin Sven hinterher. Echt? Ich glaub schon. Sven ist erster gerade? Ich will mal kurz in der Karte gucken. Okay. Ja, tatsächlich. Jawoll. Janik ist auch in der Stadt. Ja, Sigi. Oh, das ist gleich so gefährlich da drüben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überhol doch nen Auto! Wieso überholst du nicht? Oh, Mann. Okay. Bamber-Platoon-Studio. Cool. Hä? Warum fährst du jetzt nicht rechts? Oh, Mann. Auto! Was ist los mit dir? Okay, Seitengasse. Alles klar. Ich bin gleich im Ghetto. Der hätt nur noch rechts fahren müssen. Was? Alter, hast du... Der ist doch besoffen ist der doch. Ja, jetzt! Zieh vorbei! Guck! Zieh! 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 Oh mein Gott, ey! Geil! Rechts abbiegen! Rechts abbiegen! Wieso bin ich so im Liegefahrt? Ja gut, es ist ja scheißegal. Bei Berg selber kann ja noch alles passieren. Ah, nein. Stimmt. Und bei Berg selber kann er nicht noch passieren. Du hast mich aber ja gleich. Nee, ich seh dich noch nicht gerade. Ich seh dich wohl. Ich seh dich wohl. Ja, das ist sicher viel. Ahhhh. Ahhhh. Also Bibi, ich seh doch auch nichts Spannendes gerade. Bei mir auch nicht. Der hat doch nicht ein Unfall gebaut. Nein, bei mir ist auch nichts. Bei mir ist auch ein Taxifahrer kein Unfall. Der hat mir nur zwei Autos überholt. Zwei Autos! Oh mein Gott! Gönnum! Was der Einzige, der nicht bei uns da mitmacht, der hat gute Sicht. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Warte. Routine, der blieb da wohl lustig. Okay, das war kurz für fertig. Wenn er da überhaupt hoch fährt. Mit dem Tempo kommt er nicht hoch, was ich hier fahre. Oh, jetzt hab ich noch Leute vor mir. Überhol doch nicht. Überhol doch! Oh mein Gott. Oh, jetzt mach doch mal. Was ist das? Wir sind auf der Autobahn. Wir sind auf der fucking Autobahn, ne? Und die fahren nicht schnell! Das ist Amerika. Da dürfen die, glaube ich, gerade mal 50 Meilen pro Stunde auf der Autobahn fahren. Was ist das denn für eine Verarsche? Deutschland ist das wohl lockerste Land von den Fahrrägern her, ne? Mit Afghanistan zusammen, ja. Mit Afghanistan? Bei dir haben wir auch keine Tempo-Limit teilweise. Alter. Ja, jetzt fahr vorbei! Fahr vorbei! Jaaaa! Ich glaube, ich kann Sven gleich wieder sehen. Nö, lass mal. Alter. Oh, Sven. Ich kann Sven sehen. Ich glaube, ich kann auch sehen. Echt? Ja, wenn ich so nach hinten gucke, dann sehe ich die vor mir. Oh, 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 oh. Es sind sehr viele Autos. Recht auf mich! Ja! Er piekt ab! Okay, jetzt wird's gefährdet, jetzt wird's gefährdet. Jetzt kann alles passieren, Sven. Genau. Ich seh Sven! Ich seh Sven von hier aus! Okay, jetzt geht der Gas. Hier geht keiner auf einmal Gas geben. Okay, hier ist hier diese Holzfäderei. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Gelände. Über die Brücke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leg's abbiegen, komm schon! Vorsichtig! Nein! Du stehst ab! Du stehst ab! Du stehst ab! Oh, gerettet! Sven! David! Weißt du, auf der normalen Autobahn, safety first, aber hier ist dir alles egal. Oh, Malle ist mal. Ja! Oh scheiße, du bist halt abgebogen, Bruder! Egal! Egal! Bruder, jetzt gib doch mal Gas! Nicht! Hey, der hat mich rausgeworfen! Warum? Hä? Das wäre ein weit schlechter Kunde. Warum wirft ihr mich raus? Nee, du kommst ja nicht durch. Nein! Danke für dich zu kenne. A driver is on the way. Okay? Habt ihr glaube ich das erste? David ist auch rausgeflogen! Ha! Naja. Tja, damit ist Sven der Erste. Der fährt sich nicht auf Mauern Chilea drauf. Da gibt es keinen Weg hoch für Autos. Oh, Mann! Der fährt nur bis hierhin. Jetzt fehlt ja nur noch Yannick. Joa. Ich bin grad bei Lobster. 20 Minuten später rausgehe, aber... Ich hab mal sicher, aber... Na, bist du überleid? Warte! Ready? Okay. Okay. Letzter bin. Das dauert so lange... Oh, mein Gott! Ja, aber dann kann er selber nicht schießen, oder? Oh, Yannick! Hallo! Also, Yannick hat verloren, die Challenge. Ja. Also, neuer Ziel, neuer Zielort, Maskenladen am Strand. Ja. Ich ruf schon mal an. Klassisch zu gerufen. Ja. Erst losfahren natürlich, wenn alle Taxis da sind. Okay, das ist bald Taxi. Aha. Okay. Ich hab gar keine Markierung, was mein Taxi ist. Hat man die, ne? Normalerweise? Ja, das, was da hinten ist, ist eigentlich mein Taxi. So. Alles wurscht. Alles wurscht. Alles klar. So, Wegpunkt auswählen... So, alles klar. Ich bin ready. Ich bin auch ready. Ja, okay, weil Wegpunkt auswählen. Wir drücken gleichzeitig, ja? Ja. 3, 2, 1, go! Gut. Und vereint. Jetzt mag ich den Baum fahren. Ja, das war der Baum. 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 Jo, was macht der denn jetzt? Hilfe! Jo, da. Machst du richtig schnellen Wege. Er nimmt den schnellen Wege, ja. Jo. Oh mein Gott. Offroad. Alter. Oh mein Gott. Ich war all runter. Nein, David! Ah! No! Jo, was passiert denn da? Ja, ich bin Ripp. Er will wieder hoch. Er will wieder hoch. Er will wieder hoch bei dir. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Oh mein Gott. Taxi zur Steuung ist neu. Okay, David hat es geschafft, oder? Ich weiß nicht. Der will da wieder hoch. Fuck um. Okay. Ich glaube, wir müssen ein neues Taxi holen. Ja. Tschüssi. Alles klar, danke Taxi. Alles klar, danke Taxi. Alles klar, danke Taxi. Alles klar, danke Taxi. Du bist bestes Taxi. Janik, Janik. Oh mein Gott. Du ruhigst kein Taxi. Soll ich so lange warten, oder? Nee. Das ist ja unser Nachhalt. Oh, okay. Bitte, ihr am Sack. Aber da ist meins. Schnell, 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 schnell. Ich bin zu schnell, aber dann ist ja nicht... Ja, ja. So, hinne. Komm. Oh Mann, wieder aber nix fand ich hier. Oh, jetzt... Taxi... Davids altes Taxi macht jetzt Faxen und deswegen bin ich jetzt... Was macht der hier? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Los. Ja, Beeilung. So, Radio aus, mein Gott. Ich fahr genau die andere Richtung, what the fuck. Ah. Was machst denn du? Aber die ersten Sekunden war witzig, ey. Jeder fährt alleine für sich. Schöne Landschaft, ne Sven? Am Pfarrn. So, erst Betrinken geholt. Und... Und die Tieteschipps. Ey, bei mir ist Stau. Im Krankenwagen. Ich glaube, was soll ich denn sagen? Bei allen klappt bei Taxis nicht. Aber hol doch mal. Smell like a bitch. Das ist für mich echt nicht bei allen hier gerade. Das ist echt belastend. Ach, da hinten seid ihr schon? Schon? Ja. 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 Du bist eh weg. Nee, ich fahr mal. Sure. I'll blow her. Oh, Sven, du willst jetzt auch spannend machen. Vor allem, ich mach einfach... Eigentlich mach ich grad nur Stau. Ich auch. Ja, ich fahr dran vorbei. Vor allem bei mir standst du... Ich fahr jetzt recht nicht ran. Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Easy. Als ihr uns zumindest fahrt. Hat er bei dir auch gesagt, der fährt Rechtsrad? Na, würden da ja. Weil wir sagt, der fährt Rechtsrad und bleibt einfach mit auf der Straße stehen. Aber was Taxifahrer sagen, höre ich nicht. Das Niveau ist mir so weit unten. Boah, komm ich auch. Ja, ich muss auch mal Taxifahrer dissen. Ich kann bei uns noch nicht vor. Und ich warte. Oh, Yannick fährt auf die rechte Spur. Ich auch hinterher. Das ist entspannend. Ja, krass, ne? Holy shit. Wie lange brauchst du noch? Ich bin bei 5 Kilometer entfernt. Okay, ich bin bei 4,23. Ich seh dich. Du bist bei der Kurve dann, ne? Ja, genau. Du bist bei 640, 620, 600 Meter noch von uns weg. Ich weiß nicht, wie viel Stau da jetzt noch ist. Was ist da so? Naja. Da fahren wir einfach gerade vorbei. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall sind wir ganz hinten. Genau. Ja, Far Cry 6 bei Ubisoft für PK heute war krass, ne? Far Cry 6 ja mit Vars, ne? Ja. Also wie war es gezeigt am Ende, weißt du? Da hattest du Peppeteam-Vibes. Holy shit. Ey, Sven. Ja. Kannst du weitermachen. Okay. Kannst du, glaube ich, weiterfahren. Ich glaube, jetzt wird es spannend bei mir und Janik. Oder auch nicht. Warte, hast du dich einfach eingereiht, oder was? Ja, das ist doch einfach. Eingereiht ist... Das ist doch ne Sache, ja. Oh Mann ey. Wir fahren jetzt in der Kolonne. Oh Mann ey. Ja, aber komplett. Sag mal, was wir da hinten haben. Ich bin im Moment drin, du Dombat. Oh Mann ey. Obwohl der bei allen Modus drin ist, wird mein Taxi gerade abgehängt von allen anderen. Geil. Ja. Ist halt wirklich so. Hast du ihn wieder angehalten? Nein. Nein. Oh, jetzt kommt der Feuer vorbei. Warte, Sven. Warte, warte mal. Ich bin auf dem Weg. Verwanderhalten, Sven. Ja, komm. 3, 2, 1. Anhalten. Okay. Dann kommt, musst du auch gleich die Pause drücken, David. Dann drücken wir gleichzeitig wieder. Warte, 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 warte. Ich glaube, er hält sich gerade wieder den Verkehr auf. Ja, da kommt. Er hält sich gerade wieder den Verkehr auf, Mann. Ja, David, kommt. Siehst du? Oh mein Gott. Ich komme, oder? Komm. Komm schon. Gib alles. Du hast noch nicht Pause gedrückt, ne? Warte, ich drück mal kurz Pause. Ja. Und weiter. Okay. Jo, er fährt, er fährt, er fährt. Alles klar. Warte. Noch mal Pause? Komm, vielleicht gehen wir drei nebeneinander. Okay, David, hast du es geschafft. Hier ist noch Sven. Sven, drück mal kurz weiterfahren und dann guckt mal, ob wir nebeneinander kommen können. Ich drück weiterfahren, er macht nichts. Okay. Okay, warte mal. Warte, ich drück mal ganz kurz. Ja, ja, stopp, stopp, oder? Ja, ja, stopp. So, ihr beiden wieder. Ja? Ja? Ja. Hey, Taxi-Fahrrad. Was ist Sven? Ja? Warte. Ja? Ja, so können wir es lassen, oder? Nee, warte, ich find's da super. Sven find's jetzt unter seiner Zeit. Ja, deswegen. Warte, und so. Alter. Ja. Ja, ich find nicht. Kann nicht. Was hast du denn besoffener Taxifahrer? Stell dich doch mal rechts daneben. Okay, komm. 3, 2, 1. Ja, komm. Oh, drangeschrammt. Das geht nachher Taxifahrer-Better hier. Oh, Mann, ey. Jetzt bin ich letzter, ey. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Jetzt fahren wir halt wirklich in der Kolonne, ne? Ja, also. Ja. Die Folge könnte der Taxifahrer vor allem nennen. Wollen wir geblitzt? Ja, bestimmt. Wir sind mega schnell, ja. Nicht, meine ich. Alle anderen fahren uns gerade vorne weg, auf jeden Fall geblitzt. Genau. Mann, das hier ist doppelspurig. Wollen wir da nochmal versuchen? Ja, komm. Mach's gleich, drück mal Pause. Ja, wir sind aber zweispurig, ne? Ja, das ist ja. Oh, ich hab mal keinen. Sven ist wie der Arschloch, weißt du? Ah, Sven ist wie der Arschloch. Ja, jetzt muss Sven wieder hier warten. So, warte und jetzt. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder der Letzte, oder wie? Das ist doch doppelspurig da. Ja, komm, David. Komm, Bruder, komm. Warte, ich hab's gleich. Ich bin jetzt Simstern. Hey. Hä, jetzt da war das? Oh, scheiße. Ja, Niki. Was denn? Hallo Sven. Hallo. Tschüss Sven. Tschüss. Das ist sehr zu spannend. Das ist sehr zu spannend. Das ist sehr zu spannend. Aber Sven gewinnt das. Ja. Bester Taxifahrer. Halten wir nochmal an. No, brother. Jetzt oder nie. Ja. Ja. Warte. Warte. Das ist jetzt gut. Ja, nice. Jetzt kommt Sven. Jetzt enttäuscht es dich. Sven. Wir fahren. Ich bin die Mitte. Ich bin die Mitte. Ja, da wird kein Leben. Da wird kein Leben. Eins Glückchen. Drei. Zwei. Eins. Los. Los. Und zwischen mir und Sven ist entspannt. Oh ne. Und schon nicht mehr. Und Sven hat vorbeigezogen. Ja, Janik ist wieder ernst, dass wir nicht auf die letzte Gitarre und jetzt sind wir wieder die Polonne. Wir kriegen Janik noch. Wir kriegen ihn. Okay. Jetzt bin ich am Arsch. Los. Nichts vorbei. Nichts vorbei. Nein. Fahr doch nicht hinterher. Anstatt die Chance zu nutzen, links vorbeizufahren. Nein. Ne. Das Riesenrad ist rechts auch ganz schön. Das ist ein Riesenrad. Das ist rechts. Ach ja moin. Hallo. Wir sind fast da. 400 Meter. 300 Meter. Wir fahren by the way an meinem Flug vorbei. Also von dem hin. Komm jetzt weghaut. Boom. Janik weg. Rechts vorbei. Rechts vorbei. Nein. Ich hinterher. Ich hinterher. Links. Komm. Cool wechseln. Überholen. 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 Komm schon. Voll Gas. Jo. Here we are. Oh. Fast einfach. Dann kann man das High Five sehen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. Das war die erste GTA. Lass uns auf jeden Fall in den Kommentar da. Wenn ihr bessere Vorschläge habt. Oder auch richtig geil und litte. Ja. Stirb. Bitch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei David vorbei. Der ist immer zwischendurch mal auf Twitch. Ja. Und macht da richtig krassen Stuff. Ja. Auf jeden Fall. Und da noch lecker. Ja. Und da noch lecker. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.